Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalua Reckoning. Wir sind zurück in Üsa und in Üsa wollen wir uns, was wollten wir uns jetzt kümmern? Was war das hier nochmal? War das das hier oder das hier? Das Wasser sammeln. Ein Tropfen, genau. Der Brunnen trocknet aus, doch die Bewohner der Gärten von Üsa dürfen nichts davon erfahren. Der Hüte des Brunns, Nurmaron, hat mich damit beauftragt, die Strömungen zu stärken. Um dies zu erreichen, muss ich eine Wassersperre öffnen, für die das Wasser der vier heiligen Becken erforderlich ist. Drei von denen hatte ich schon gemacht, mir fehlt eigentlich nur noch eine. Um dieses eine kümmern wir uns. Und, was wollte ich hier noch? Genau, ich wollte den Singstein mitnehmen. Ich habe auch was zu trinken. Versucht es. O'Lean wird euch dies nicht sagen. Denn Stolz verabscheut sie. Sie ist wie der Zahn der Natur. Spitz, stund, einfach pur. Und doch wird heraus immer sie ragen, unter all den Balladen und Sagen. So groß auch ihre Bescheidenheit, ist sie der beste Ritter doch weit und breit. Hört, hört. Ja, ich habe mal, es gibt so eine Optionseinstellung, habe ich gerade bemerkt, dass man auch den, das habe ich schon länger gewusst. Aber ich habe es jetzt mal eingestellt, dass man den, den, die, die Kappe, also die Kopfbedeckung halt ausschalten kann, sodass man die nicht sieht. Und ich dachte, wir machen das einfach mal für den Part hier, dass wir gar keine Kappe mehr sehen, sondern in ihrem natürlichen Lebensraum unsere Figur sehen können. Fordert mich nicht heraus. Mache ich auch gar nicht. Und weil, gerade weil die anderen ja auch, äh, auch nicht so rumlaufen. So, Wassersperre öffnen. Wie geht das denn jetzt? Kriegen wir schon hin. Bin ich ja mal gespannt. Es wird ein sehr schneller Quest. Waren hier jetzt noch andere, die irgendwas wollen von mir? Nee, ne? Oft sind die Leute halt, die was wollen, auch immer in den Häusern. Ich müsste halt auch irgendwo einfach mal reingehen und gucken, ob da jemand Hilfe braucht. Aber naja. Es geht ja auch prinzipiell eher darum, dass wir sonst hinterher zu stark immer sind. Sind wir ja jetzt schon für, für so viele Nebenquests. Und dass man halt die noch möglichst jetzt am Anfang macht. Und wenn wir aber später immer noch welche finden sollten, dann sind es aber halt nicht mehr so viele, die wir alle nachholen müssten. Und deswegen mache ich es halt lieber, äh, vorher. Wenn wir dann hinterher drinnen immer noch jemanden sehen, der unsere Hilfe braucht, dann, ja, kann man das ja auch machen. Läuft uns ja nicht weg, in dem Sinne. So, Wassersperre hier. Okay. Weiter, weiter, weiter. Jetzt sind wir wieder raus. Wahrscheinlich habe ich das woanders, glaube ich, auch schon gemacht damals, aber offline. Wenn ich mich nicht recht entsinne. Äh. Willkommen. Es ist so schön hier. Echt. Traumhaft. Aber hier habe ich ja kein Haus bekommen, ne? Habe ich hier, äh. Brunnen. Ich habe bestimmt auch ein Lager hier, aber irgendwie ist es nicht so, nicht so wie, wie die Weberkarte im Netzwald. So dieses Gefühl, ich habe hier mein Häuschen, der hatte ich hier nie. Leider. Das Flechtwerk. Okay. Waren wir da überhaupt schon? Wahrscheinlich schon, aber nur durchgelaufen. So. Ah, mit ihm. Ich bin ja jetzt fertig, dann Quest schon gelöst. Brunnenmeister. Brunnenmeister. Okay. Ich bin der einzige Feier, der diese Aufgabe mehr als einmal innehatte. Ich spüre die Stärke der Strömung. Sie fließt durch mich hindurch. Sie steigt und läuft über. Dennoch lässt ihre Macht nach. Ihr kühles Wasser geht zurück. Okay. Der Brunnen. Die Magie des Hofs des Sommers hat dort ihre Quelle und sie berührt das Gebiet unserer Herkunft, das Land Esshara. Ohne ihren konstanten Fluss würde unsere Art vertrocknen wie Blätter und vergehen. Okay. Gehabt euch wohl, meine Liebe. Ja, bis dann. Ich gehe jetzt da einmal nochmal rein. Und wenn da jetzt nicht zufällig jemand ist, der noch was will, dann glaube ich, haben wir das jetzt auch erledigt. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ja, ich weiß, dass ich kein Quest habe. Wie kann das hier... Da ist was Gelbes drinne. Helm des Helios. Das will ich haben. Hier sieht mich auch gerade keiner. Haha. Ich habe irgendwas geklaut. Was habe ich geklaut? Helm des Helios. Wahnsinn. Ich habe direkt was Gelbes gefunden. Also, ich sage mal gelb. Ich weiß, das klingt blöd. Was ist ein Set halt? Ein Sette-Teil. Ihr wisst, was ich meine. Ja, okay. Hat mich ja keiner gesehen. Dann gehe ich mal lieber schnell, ne? Hallo. Hi. Hmhmhmhm. Hmhmhmhm. Eigentlich sollte ich noch viel öfters irgendwie in verschlossene Drohnen gucken. Dann würde ich bestimmt meine Sets auch mal eher zusammenkriegen. Und nicht nur immer ein neues Set anfangen. Aber immerhin. Das ist ja seltsam. Ein Staubling. Ja, seltsam. Der Staubling ist wieder da. Hi. Ja, 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 ja. Quatsch dich aus. So, was haben wir hier jetzt noch? Gucken, ob da jemand ist. Will jemand was? Hier waren doch immer drinnen so viele Leute, die irgendwas wollten. Ja, du... Hm. Okay. Dann nicht. Dann nicht. Ja. Können wir denn dann noch machen? Gehabt euch wohl. Tschüss. 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 Also, ich glaube, dass sie hier, auch wenn dann eher drinnen sind. Hm. Ihr werdet nicht bleiben. Niemand bleibt. Hör auf zu jammern. Ich fand es schöner, als die Gärten noch friedlich waren. So, jetzt will ich mal wissen, was wir noch hier an Quests eigentlich haben. Das können wir nicht machen. Brun der Bade. Wollen wir das nicht mal machen? Wollen wir den Kram hier nicht mal auch erledigt haben, endlich? Brun der Bade. Aber, wie gesagt, manche sind auf der anderen Seite. Da will ich sowieso jetzt demnächst mal hin. Das war drüben. Das war, glaube ich, auch drüben. Ähm. Mineneinheiten. Was? Totauge. Oh. Wo müssen wir denn dafür hin? Auch nach drüben. Okay. Hat sich damit auch erledigt. Niams Laboratorien. Niams Laboratorien sind zum Beispiel hier. Da müssen wir dahin. Dann machen wir das doch mal. Was haben wir denn hier jetzt zu tun? Kann ich das überhaupt machen? Ich weiß es nicht. Ich muss mal den Quest durchlesen. Keine Ahnung. La la la. Schon wieder raus aus Usa. Schade. Ist immer so schön da. Ja. Raus aus Usa. Spiel. Los. Jetzt. Spiel. Geht doch. So. Ach, guck mal. Hier gibt es auch noch Menschleins. Menschleins, die Hilfe brauchen. Dry. Dry. Ausrufezeichen. Gut. Äh. Ach, das sind so die Pinnwände. Okay. Aber da sind ja auch noch andere. Seid ihr neu in Aiten? Ich bin in diesem Dorf das Gesetz. Wart in Frieden. Und ihr seid uns herzlich willkommen. Falls nicht, solltet ihr euch lieber wieder auf den Weg machen. Wenn ihr Handel treiben möchtet, solltet ihr unseren Schmied Banraun oder Askel aufsuchen. Bei ihm findet ihr alles, was mit Alchemie zu tun hat. Außerdem gibt es im Gasthof noch einen gemischt Warenhändler. Okay. Bewahrt den Frieden. Ja. Mach ich. Ich geb mir Mühe. Ma, hier will jemand was. Hier. Wie seltsam, dass eine Fremde nach Aiten kommt. Nur wenige bereisen derzeit diese Straßen. Ein böser Blick ruht auf Aiten. Viele sind die Bürde und nur wenige die Linderung. Jemand muss den Aitenkreis aufsuchen. Jemand muss die Eratel herbeirufen. Was ist denn los? Der Aitenkreis? Was ist das? Ein Kreis aus Windsteinen ganz in der Nähe. Wenn die Stimmen der Steine eine bestimmte Melodie singen, werden die Eratel erscheinen und unseren Sorgen ein Ende machen. Jeder Stein ist eine Stimme des Liedes. Wenn alle ihren Part gesungen haben, werden die Eratel erscheinen. Doch wenn nicht, werden sich stattdessen dunkle Geschöpfe zeigen, die diesen dunklen Zeiten entsprechen. Die Steine. Ich bin ihrer nicht würdig. Ich glaube nicht, dass sie für mich singen werden. Ihr müsst gehen. Ihr müsst es sein. Lasst die Steine ihr Lied für euch singen. Ja, ich werde sehen, was ich tun kann. Wirklich. Der Aitenkreis liegt südlich des Dorfes. Jeder Stein trägt eine Note des Liedes in sich. Werden sie in der richtigen Reihenfolge gespielt, ergeben sie das Lied, wie es gesungen werden sollte. Sie werden jedoch keine Missklänge dulden. Wenn das Lied, das ihr spielt, nicht die Eratel herbeiruft, wird es dunklere Geschöpfe anlocken. Denn dies sind dunkle Zeiten. Ja, dann ist ja gar nicht gut, dass man es überhaupt ausprobiert. Wie geht das Lied? Jeder kennt das Lied. Es beginnt mit der höchsten Note und geht dann die Tonleiter nach unten. Ähm, wartet mal. Vielleicht beginnt es auch mit der tiefsten Note und steigt dann an. Irgendetwas in der Art jedenfalls. Toll. Flattert davon. Ja. Mann. Das ist irgendwie doof. Ähm. Was gibt's noch? Oh, hallo Fremde. Hi. Oh nö, das geht bestimmt schief. Seid gegrüßt, Wanderin. Einen Augenblick eurer Zeit? Ich möchte einen Gefallen erbitten. Seid ihr so eine Art Bettler? Ich mag vielleicht so aussehen. Ich bin nur ein Alpha, der eure Hilfe braucht. Ich habe einige Besitztümer zu verkaufen. Doch leider sind die Bürger von Aiten nicht gut auf mich zu sprechen. Verkauft ihr sie an meiner Stadt? Ich gebe euch einen Gegenstand. Ihr verkauft ihn. Ich erhalte einen Anteil. Ihr behaltet den Gewinn. So lange, bis ich all mein Hab und Gut verkauft habe. Versteht ihr? Das ist aber eine große Aufgabe. Ich verkaufe eure Herabseligkeiten. Ich mache mal... Eigentlich will ich das schon machen, weil... Klar, ich helfe ja immer, aber ich habe ein bisschen Angst, dass er jetzt mein Inventar vollstopft. Ich hoffe nicht. Ich dachte doch, ihr seht aus wie eine Kauffrau. Geht so. Ich möchte mehrere Gegenstände verkaufen. Wenn ihr wünscht, könnt ihr sie mir alle sofort abkaufen und sie später weiterverkaufen. Also gut, gekauft. Gebt mir den ersten Gegenstand. Wie ihr wünscht. Die Gegenstände sind in annehmbarem Zustand. Ein wenig Politur könnte hier und da jedoch nicht schaden. Mein Silber beispielsweise. Es ist ein wenig angelaufen, doch Bannrauen könnte das Metall brauchen. Wenn ihr es einschmelzt, zahlt ihr vermutlich mehr. Was soll ich mit dem Silber machen? Ich will, dass ihr es verkauft... Banntrauen? Bannrauen, der öppliche Schmied, kann das Silber gewiss gebraucht. Wenn ihr das Silber einschmelzt... Toll. Okay. Ich hatte ja jetzt eigentlich... Hallo? Ich hatte jetzt hier eigentlich was anderes. Genau. Ich wollte ja Rathofers Laka... Nee. Wollte ich das? Ich wollte das mit diesen komischen Laboratorien. Wo ist denn das? Hm. Niams Laboratorien. Niam hat mich erneut um Hilfe gebeten. Dieses Mal soll ich ihm helfen, Grinser zu töten. Einen Kudok, der in der Nähe von Korgan Holt sein Unwesen treibt. Eigentlich wollte ich mich darum kümmern. Deswegen laufen wir jetzt mal los. Und lassen uns nicht beirren. Den Rest können wir ja immer noch die nächsten Male machen. Sonst kommt man ja hier zu gar nichts. Ach nö, ne? Zahle den schreien Männern deinen Tribut. Hallo, 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 hallo. Schalt doch mal selber das Tribut. Ganz ehrlich. Immer diese Schnacker. So, wir laufen mal querfeldein. Das müsste halt hier am Rand sein. Ein bisschen laufen müssen. Das habe ich schon auf der Karte gesehen. Sollte aber trotzdem der schnellste Weg sein. Was ist da denn für den roten Haufen? Keine Ahnung. Laufen wir weiter durch die Straße entlang. Mhm. Lass ich hier wahrscheinlich diesen Bogen machen. Es ruckelt gerade so ein bisschen. Hauptsache, der Rechner macht mit. Das ist immer das Wichtigste. Huch. Bin ich jetzt hier irgendwie vorbei? Ne, ich laufe jetzt... Ne, ich laufe jetzt mal hier den Bogen rum. Das Spiel veräppelt mich wahrscheinlich wieder. Hier gehst du mal lang, Mädel. Komm, das bist du doch... Seid ihr alle tot? Schön. So, da kommt ein roter Haufen. Mal gucken, was hier auf uns zukommt. Oh. Ja. Wunderbar. Ganz viel Erfahrung noch dazu. Und noch mehr Kram. Aha, hier waren wir auch noch nicht drinnen, ne? Huch, was ist hier? Ein Versteck? Ach so. Ah, infizierter Langbogen. Interessant. Schau ich mir gleich mal an. Und da unten soll ich hin. Alles klar. Warum ist es denn jetzt doch so weit weg? Ich meine, natürlich ist es weit weg. Aber so weit weg? Oder habe ich hier was ganz anderes wieder angewählt? Ah, das verwirrt mich hier so. Hier, hier soll ich hin? Ah. Hallo. 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 Oh, voll anstrengend hier mit denen gerade. Ist jetzt nicht kaum mehr bewegt. Nehme ich auch mit. Und das will ich eigentlich nicht haben. Aber muss ich diesen Ulmen-Holz-Langbogen mitnehmen, damit ich mir selber irgendwann basteln kann? Tja, weiß ich nicht. Was haben wir hier? Gut. Na, dann haben wir das hier mal ein ewig langer Quest. Der ist ja schon echt lange her. Ah, und damit habe ich sogar auch gefährliche Spiele quasi. So ist das also. Das ist ja gut. Jawohl. Aber ich bin so ein bisschen hochgelaufen hier, ne? Ich glaube, ich muss gar nicht so hoch. Ich wollte vielleicht mal runterrennen. Kommen wir, wir springen mal. Hui! Springen macht Spaß. Genickbruch. Wo denn? Ach, verwirrt mich doch hier nicht. So, dann wollen wir mal ihm hier sein. Genau. Ah, hier. Haha. Ach so, wer ist Kolmir? Kolmir ist ein Ettin, ein Kriegspriester, der sich in Thalarane niedergelassen hat. Ettin sind keine sonderlich intelligenten Wesen, aber das machen sie mit ihrer Stärke wett. Okay. Nun, vielleicht unterhalten wir uns später. Ähm, ja, ich will jetzt mich dann aber nicht um Kolmir kümmern. Oder muss ich? Muss ich? Äh, diesmal soll ich Kolmir töten, ein Ettin Kriegspriester? Ja. Oh. Muss ja. Sonst muss ich es ja wieder ein anderes Mal machen. Ist auch doof. Jetzt sind wir gerade dabei. Komm, wir schnappen uns hier diesen Ettin-Arsch und dann ist gut. Ja, ach komm. Da waren doch noch mehr. Wo sind die denn? Ach, da. Warum ist das immer so weit weg? Warum ist das so weit weg? Und ich glaube, ich muss hier lang. Wo ist der Ettin-Haufen? Da. Ich höre sie schon. Na, wollen wir mal ein bisschen Action hier wieder reinbringen? Kommt alle! Oh, die sind wirklich stark. Oh. Ähm. Ähm. Ups. Äh, das sind ganz schön viele. Ganz schön viele. Ups. Ach. Ach. Da sind da viele. Scheiße. 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 Guef. loneliness. Und jetzt? Oh. 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 Ui, 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 ui. Muss man sich jetzt aber schon mehr konzentrieren. Das bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Dass hier so Gegnerhorden auf mich zukommen, die ein bisschen mehr benötigen als ein bisschen. Ja, ein bisschen hier, Chakra, ein bisschen da. Ja, ein bisschen da. So, die waren tatsächlich ein bisschen schwieriger. Und vor allem... Und vor allem denke ich mir, wenn sie jetzt schon schwierig sind, obwohl ich so gut eigentlich bin, also ich bin ja auch stärker, keine Frage. Ich habe jetzt einen Trank verbraucht. Und jetzt noch einen, aber das geht. Weil wenn ich jetzt schwächer gewesen wäre, das wäre dann schon echt heavy gewesen. Das haben wir ja dafür jetzt ganz gut hingekriegt. Oh, das sind die Momente, wo man sich freut, dass man schon ein bisschen mehr abgelevelt hat. Wer ist hier noch? Wenn schon, denn schon alle, ne? Brauchst gar nicht ausholen. Hol gar nicht es aus. Das bringt nichts. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was er sagt. Das habe ich ja doch schon jetzt gut hingekriegt, du. Na? 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 Musik Ihr habt Grinsa und Kolmir getötet, beides formidable Gegner, gewiss, aber Dummköpfe, die sich leicht überlisten lassen. Die wahre Herausforderung sind diese Jotun. Oh, was muss sonst noch getan werden? Es gibt einen Jotun, einen Häuptling, nicht weit von hier. Malgar ist sein Name. Talarane muss von ihm befreit werden. Seid vorsichtig. Sie mögen unzivilisiert sein. Aber die Jotun sind weitaus intelligenter als die anderen Kreaturen, die ihr in Talarane vielleicht gesehen habt. Was soll denn das? Ich war gerade so stolz auf mich, dass ich das geschafft habe und immer wieder gibst du mir neue Sachen. Das sind endlos Quests. Immer und immer wieder muss ich kämpfen. Oh Mann, oh, jetzt muss ich den auch noch machen. Das ist voll doof. Und wir sind jetzt schon wieder so bei 24 Minuten. Ich kann mir das gar nicht erlauben. Deswegen mache ich jetzt an der Stelle einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal.